Moin Leute! Ja, es geht nun weiter hier mit Mass Effect. Wir haben es nun so weit geschafft. Wir haben... ...einen Pass? Eigentlich hatten wir von Anfang an, aber... ...verdammt, ist egal. Ein bisschen mehr Story ist gut, aber wer ist das denn? Li... Li... Ri... Ach, komm. Ich hörte, der Administrator sei verhaftet worden. Jupp. Haben Sie vielleicht etwas damit zu tun? Ich? Was? Nein! Äh, warum? Er war korrupt. Tja, das sind die meisten hier. Wenn sie sie doch nur alle verhaften könnten. Was kann ich heute für sie tun? Ja, lokale Neuigkeiten. Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anoleis hat's den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Mh... Benesia? Wissen Sie, wo die Matriarchin jetzt ist? Suchen Sie sie? Sie flog mit einem Shuttle zu Gipfel 15, bevor der Kontakt abbrach. Gipfel 15? Da müssen wir ja hin. Was ist denn da genau passiert? Was für Probleme gibt es auf Gipfel 15? Keine Ahnung. Da tobt ein Schneesturm, aber das passiert öfter. Die Satellitenverbindung brach sonst nie ab. 15 hatte schon immer einen lausigen Ruf. Niemand redet darüber, was da oben vor sich geht. Nee. Und jeder, der hingeschickt wird, kommt viel stiller zurück. Moment. Und da gehen wir hin? Ach du Kacke. Und Sinn IQ? Wie war das mit Sinn IQ? Anoleis hat's den IQ schließen lassen. Offenbar wollte er sie erpressen. Das passiert häufiger. Aber dieses Mal wurde er erwischt. Anscheinend wollen die Direktoren ihm den Attack vorwerfen. Gut. Und persönliche Frage. Was machen Sie hier? Ich bin der Chefmechaniker von Hanschan. Nennen Sie mich Li. Menschen haben Probleme, meinen ganzen Namen auszusprechen. Ich habe ein Team von zwölf Mann und halte die Shuttles am Laufen. Okay. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Du musst gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Sehr nett. Also nett, Li. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich habe einen Pass. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Alleyuts-Tal soll ziemlich übel sein. Echt? Oh Mann. Naja, egal. Dann gehen wir mal. Hm. Was zum... Oh! Nein! Geht! Wo ist das Ding hin? Dann wissen wir jetzt, was in den Kisten war. Ah! Oh verdammt! Kann doch nicht wahr sein. Wann haben Sie alle? Zum... Was sind das für Dinger? Was haben Sie hier gemacht, Commander? Ich habe mich verteidigt. Nichts anderes. Ich? Ich bin hier das Opfer. Die Geht griffen uns an. Geht? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen Benesia ankam. Hm. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen. Kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia-Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Und wie viele genau? Ich brauche Zahlen, Commander. Ein Dutzend? Einhundert? Wenigstens ein Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geht erfahren, geraten sie in Panik. Das ist nicht gut. Naja, wenigstens ist jetzt hier eine Wache. Und die müssen vorsichtig sein. Wir können nicht fahren. Also nicht mit denen. Was ist... Ah! Okay. Nehmen wir mit. Wenn wir immer gebrauchen können. Dann mal los, Richtung Gipfel 15. Oh, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen unheimlich, wenn wir da hinfahren. Aber okay. Wir müssen es. Ich sehe es schon. Es wird übel. Oh, Gefahrenstufe 1. Wegen Kälte. Wenn wir hier zu Fuß laufen. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Oh, verdammt. Jetzt rühre ich ja hier noch die falsche Taste, ne? Schon wieder. Ja. Wenn ich hier gerade rumfahren möchte und versehentlich nach rechts oder nach links. Ich glaube, da würde... Naja, eigentlich vielmehr nach links. Dann, glaube ich, würde ich den Abhang runterrollen. Und einfach tot sein. Ach, komm. Ja, ich muss vorsichtig fahren. Einmal kurz an der Nase kratzen. Und weiter. Okay. Das sieht nicht gut aus. Das sieht noch übler aus. Jetzt... Verdammt, der geht. Nja, komm schon. Oh, Himmel noch eins. Wow Also unsere Schilder halten noch Okay Ich hab da was gesehen, was wir brauchen Wow Alles mitnehmen und weiterfahren Weiterfahren Ich weiß, was du sagen wolltest, mein Lieber Aber wir müssen weiter Was zum... Nein, Kolossus Das sind die nervtötigsten Ach, ihr wisst schon, was ich meine Das sind so riesige Panzer Und die können sich heilen Naja, im zweiten Teil Kein Wunder, dass hier keiner hingekommen ist Wieso treffe ich nicht? Geht doch Und da fliegt er Naja Hier müssen wir nochmal aussteigen Und wir müssen uns beeilen Überbrücken Überbrücken wir jetzt mal ganz schnell Ah, fuck Ich glaub, das schaffen wir nicht Ah, verdammt Einen Moment Ja Ja, das müssen wir halt dann mal so lösen Okay Nehmt mir... Manuell überbrücken Ist doch nicht wahr Ah Wow Okay Okay Machen wir daraus alles Ja Ach komm Jo, machen wir mal Okay, was haben wir in der Tsunami? Ach ja, stimmt Naratisoni Ach Wir haben immer noch nix da Ach naja Ist okay Ist okay Alles gut Und Squad-Mitglieder Ah, sieht man euch das an Wir sind fast Heiliggesprochen Ach ja Erweiterte Schütze Mit der Pistole Ähm Ich will aber noch ein bisschen Ja, das ist schon weit ausgebaut Heben, werfen, taktische Schrotflinte Rotflinte will ich noch ein bisschen erweitern Dann halt Erweitert das Werfen Ähm, alles markieren Noveria Gipfel 15 Alles mitnehmen Wow Wir müssen uns beeilen Die Gefahrenstufe, wie gesagt Ist ziemlich hoch Wir könnten erfrieren Ich will es aber nicht austesten Ah Dreck Ich sag ja, das ist hier total blöd zu fahren Oh, das geht noch tief runter Das heißt im Klartext, wenn ich da runterfahre Bin ich tot Das habe ich ja vorhin auch gesagt Oh, super Vorsichtig fahren Oh Gott, wenn ich mich daran erinnere Ganz ehrlich, ähm Hätte ich mir nicht einen neuen PC gemacht Dann wäre es nur ruckeln drüber gekommen Und ich glaube, wir wären automatisch immer reingeplumpst Oh Naja, das ging daneben Würde ich mal sagen Okay Aber wie konnte er einen so großen Panzer Ähm, da durchfliegen lassen? Ich meine, ach der Raum hat Okay Okay Die Frage Die Frage Widerrufe ich mal Ich glaube Irgendwo hier in der Nähe Kann auch ein Schiff gelandet sein Ähm Von den Gate und Ach, leck mich doch Ach, leck mich doch Am Arsch Ach, leck mich doch Medigale Und weiter Wir müssten gleich Wow Ein Wunder, dass wir hier keinen Schaden genommen haben im Moment Also keinen großen Schaden Damit wir halt unser Fahrzeug hier reparieren müssen Ach, da ist es ja Gipfel 15 Gut, erreicht Ach, endlich Dann können wir auch gleich ins Warme gehen Ich hoffe, wir haben Kakao für uns Ich hätte jetzt Bock auf Kakao Warm Kakao mit Marshmallows Obwohl ich sowas noch nie getrunken habe Ich wäre doch viel lieber für Kakao Ohne Marshmallows Aber für Kekse? Hm, da könnte man mit mir reden Oh ja Mit Keksen Womit trinkt ihr euren Kakao ganz gerne? Mit Kekse? Oder halt mit was anderem? Süßem Also es gibt ja bestimmte Leute, die trinken ganz äh Ihren Kakao mit bestimmten Sachen Und äh Ich zum einen Wow, vorsichtig! Nicht so schnell fahren Waaaaaah Was sollte ich sagen? Ich trink ja ganz gerne mit Zimt und Also mit Zimt Weil das Zimt und Zucker Das ist aber eigentlich etwas, was man mit 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 Milchreis essen sollte Zimtzucker Ich für meinen Teil mag mit Mh, köstlichem Zimt Das müsst ihr mal probieren Das ist schande lecker Wo schießt du denn hin, du Eumel? Ja, fahr mal direkt rein, das ist so klug Ohoho Das ist K-U-L-G Äh, hab ich das jetzt wirklich so gesagt? Oh Gott, ich guck mir zu viel Spongebob an Ohohoho, das ist so grausam Naja, wir sind ja auch gleich da Was für ein Glück Hey, und wir hatten keinen Frame Anstoß Das ist super! Also, gib dem Spiel mal einen Keks Komm schon! Ey komm! Uah Nein! Okay Okay Wir sind da Ich muss mich mal mental darauf vorbereiten Einen Moment So So Und jetzt steigen wir mal aus Ah, ist ja nicht unser Fahrzeug Also wenn wir das dumme Ding verlieren, ist es nicht so schlimm Gut, wir sind jetzt drin Na kommt! Allesamt rein! Oh Mann Oh Gott, nein! Nein! Oh, verdammt Ein Medigil Ach, leckt mich doch mal Na Na, herrlich! Komm schon! Ach Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent Was? Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline Oh nein Wir müssen den Hauptstrom wieder einschalten Kein Problem, da gehen wir ja auch gleich hin Ich seh mich hier erstmal um Okay, da können wir nicht hoch Nicht, ähm, so wie ich denke Aber ansonsten Ja, müssen wir Den Hauptstrom wieder einschalten So wie Kai denn das schon gesagt hat Und mal gucken, wie wir uns da machen Alter! Das Überbrücken wird immer schwieriger Sag ich doch, das wird immer schwieriger Der ganze Dreck wird immer schwieriger hier Duolist Hab ich nicht, werde ich mitnehmen Universalgehe können wir ja immer jederzeit irgendwo herkriegen Außerdem können wir unsere alten Sachen daraus ja auch Universalgehe machen Ja, nehmen wir mal mit Eins davon Was zur Hölle Falsche Richtung, würde ich mal sagen Warum zeigen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Das würde ich auch mal genüssen Nicht nur nach außen verteidigen, sondern auch ihre Leute drinnen unter Kontrolle halten Scheint so, scheint so Scheint so Was ist hier drin? Alles mitnehmen, Schreddermunition Ach, das müssen wir überbrücken Mal gucken Ach komm Das werde ich wieder nicht kriegen Seht ihr? Ist auch egal Scheint nichts wichtiges Und auch eigentlich könnte etwas wichtiges drin sein Rüstungsupgrade Gut, nehmen wir alles mal mit Dann können wir mal gucken, was wir da bei uns verbessern können Mittelschwer Das ist Mist Sag ich ja Daraus machen wir mal Universalgehe Äh, das können wir Explorer Kann das Kai dann tragen? Nein, er kann es nicht tragen Dann machen wir daraus auch Universalgehe Es ist einfach nur schade Claratissoni Hm, das ist ja Die Scorpion ist ja um einiges besser als das, was sie jetzt trägt Okay Oh, Moment mal Was trägt denn Kai dann? Gladiator Fenix Was hat sie denn da gehabt? Was war das denn, die Fenix? Ich glaube ich habe mich da in diesen einen Sachen verklickt Na dann tut es mir leid Machen wir daraus Universalgehe Daraus auch Äh, Dreck auch Das werden wir auch mal Verarbeiten Gut, haben wir schon mal fertig Für Quarianer Ja, wir müssten mal wieder einen Quarianer mitnehmen Mal gucken, wann sie wieder Zeit hat, da mitzukommen Ah, ich sehe gerade sie Was trägt sie denn da? Ach shit egal Äh, kinetischer Puffer Medizinischer Interface Ja, das wäre was für sie Medizinischer Interface Dann für Sturm Da haben wir immer noch nix Allgemein für Schrotflinte Haben wir auch nix Für ihre Pistole Nehmen wir mal Präzisionsgewehr Da hat sie die Avenger Wobei das um einiges klarer gesagt besser ist als alles andere Dann können wir die Reaper verbraten Ja Warum habe ich nicht daran gedacht? Ich muss die alten Sachen erstmal verbraten Im Moment haben wir sowieso genug Gel Also nicht gel, sondern genug Klamotten hier Schrotflinte Weg damit Ich würde es mal gerne so spielen, dass ich mit nur ein und dieselbe Waffe da rumlaufe Ich glaube das wäre sowas von katastrophal Wir würden dann so wenig Schaden machen Oh Gott So, was haben wir hier noch? Oh, ja, das Ding können wir verbraten Ja, mehr ist nichts zu machen Okay Tsunami Ja Zwar haben wir 25 Mal davon was behauen, aber egal So, jetzt weiter Da habe ich einen Fahrstuhl gesehen Es ist seltsam hier Also hier rum zu laufen, das ist mir unangenehm Da ist mal ein Schluck drauf Wow, hier ist es kalt Und ich sehe so viele Wow, 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 wow Also mit der Umschruch Die Schrotflinte ist es klasse Oh Gottchen Ganz klar, die Schrotflinte hat es Uuuqund weg Alter War's das? Das muss es doch gewesen sein Was ist das? Egitt Oh Gott, nee Sag mir nicht Oh Eklege Viecher Die Dinger haben wir doch irgendwo schon mal gesehen Oh, nee Was war das denn? Was sind das für Dinger? Oh Gott Waren die eklig? Also das mit den Überbrücken wird immer schwieriger Das merke sogar ich So Okay Hier haben wir das Gut Dann einmal raus Was zum! Egitt Machen wir erstmal wieder zu Widerliche Rotzviecher Wo sind die denn hergekommen? Ist das eklig Okay Jungs Und Mädel Oh Mann Ja, wird sich extra schön tun Ich weiß, dass du eine ganz tolle Asari bist Ach, ihr Asari seid so toll Woa Hm? Schwerer Fehler beim Hochfahren Die Benutzeroberfläche der Virtuellen Intelligenz ist Offline Manueller Neustart erforderlich Okay Das heißt also im Klartext Wir müssen uns darum kümmern, dass Die Steuerung wieder funktioniert Und das ist hier Okay Und das muss ich alleine machen? Oh Falscher Knopf Verdammt Dann drücken wir nochmal Das war mein Fehler Was? Reparieren? Manuelle Reparatur Okay Das ist der zweite Kern Wie machen wir das? Wie war das denn noch eins? Das war falsch Ja, Moment Ich brauche dafür hundertmal Universalgel Damit ich das überspringe Also, welches? Ah, okay Ne, warte Müssen wir nochmal so Oh Gott, das flimmert aber Oh, das ist ja eklig Ne, das ist eklig Das flimmert ganz böse Wie war das denn? Ich weiß jetzt nicht mehr Wie das war Okay Nehmen wir nochmal alle raus Bis auf einen Den tun wir hier rein Nein Nein Das ist doch Dreck Nee Nee Nochmal Also das mit der Reparatur Ist doch beschiss Gut Gut, wisst ihr was Ich mach das mit den Universalgel Ich hab zwar nicht genug Ist jetzt egal Ich mach mal eine ganz kurze Pause Bis gleich Ich mach das mit dem